Hallo, hier ist der Martin von MoneyBank, hier ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 27.12.2022. Erstmal allen noch schöne Weihnachts- naja, obwohl eigentlich ist es vorbei, eigentlich sagt man es ja nicht mehr. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein paar ruhige, besinnliche Tage für euch. Wir hatten für unseren DAX festgehalten, dass der es erstmal gut gekontert hatte zum Donnerstagabend und deswegen zum Freitag gegebenenfalls vielleicht noch so eine 14.000 antippt und sich dann schon wieder runterschmeißt, neue Tiefs reißt und hier unten mal nochmal Richtung 800 und 700 unterwegs ist. Das hat nur in Teilen geklappt, also die 14.000 haben wir angelaufen und dann ist einfach nichts mehr passiert. Die ganze Zeit dann hier zwischen 13.900 und 14.000 hin und her geschlagen, so seid ihr mal kurz versucht unten auszubrechen, aber war dann auch bloß ein Fehlausbruch und damit ist das dann durch. Passt ein bisschen auf, dass ihr nicht zu sehr jetzt dem Trott der letzten Tage verfallt. Der Markt läuft im Dezember immer ein bisschen anders, ein bisschen gewöhnlicher, ein bisschen ruhiger auch manchmal. Wobei man das eigentlich gar nicht unbedingt als ruhig machen kann, aber Dezember-Monate sind oft die Monate, die doch charttechnisch bedingt auch nicht ganz so hübsch sind. Zumindest ist das so mein Empfinden. Ich habe immer eher den Eindruck, dass Dezember... Also ich persönlich versuche am Dezember eigentlich nie noch große Preise zu gewinnen, sondern versuche immer nur noch die Jahresgewinne quasi zu verteidigen und zu halten. Und weil die Dezember-Monate oder die Tage in der Regel eigentlich nicht so viel anbieten. Es ist immer so diese Weihnachts-Rallye, diese Jahresend-Rallye, auf die viele noch spekulieren, die aber so eigentlich immer gar nicht kommt. Das ist immer eher mehr ein Gereis und Geschiebe Anfang Dezember. Aber der ist dann eben auch bald vorbei und jetzt beginnt dann bald das Neujahr. Wir haben jetzt noch knapp drei Handelstage Zeit. Wartet mal, Montag, Dienstag, Mittwoch... Ne, eigentlich sind es schon noch ein paar. Bevor das neue Jahr beginnt. Ja, aber bitte passt auf, dass ihr nicht zu sehr euch jetzt dieses Gebummel hier angewöhnt. Und das wird dann schlagartig auch wieder ändern, sich ändern können, wenn der DAX dann im neuen Jahr rauskommt. Ja, das heißt, die nächsten drei Tage erwarte ich hier keinen großen Luftsprung. Erwarte eher, dass das so wie die letzten Tage ist, viel Geschiebe. Das wird wahrscheinlich schon am Dienstag jetzt auch mit beehren. Ja, und dann trotzdem aber nicht denken, dass das, was jetzt die nächsten Tage auch passiert, dass das dann im neuen Jahr so weitergeht. Wir haben ein sehr schlechtes Jahr hinter uns, also wirklich ein sehr schlechtes Aktienjahr hinter uns. Wenn wir bei euch in alle Depots gucken, die ihr zuschauen, kann man bestimmt pauschal sagen, dass 95% der Aktiendepots, der Investitionsdepots, nicht der Tradingkonten, sondern der Investitionsdepots im Minus stehen dürften. Ja, und das auf breiter Front. Und das bringt natürlich Brisanz für einen Jahresstart nächstes Jahr mit rein. Also, das wird sehr, 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 sehr interessant und da kommt gut Spannung rein. Deswegen, wer hier die nächsten drei Tage drauf guckt, klammert das ein bisschen aus, was jetzt noch bis Jahresende passiert. Ja, und dann bleibt aber auf dem Punkt da und mit der Aufmerksamkeit auch, wenn das neue Jahr dann beginnt. Naja, das kann dann ganz schön ruppig werden und es gibt viele Jahre, die beginnen einfach und kommen nie wieder an den Punkt zurück, wo es begonnen haben. Ja, das haben wir auch schon öfters mal im Markt gesehen. Von daher sollte man ein bisschen achtsam sein. Gut, man sieht es übrigens auch 2022, war ähnlich. Ja, wir sind vom Beginn, wir können ja mal zurückgehen hier. Wir sind von Beginn an mal ein paar Tage im Plus gewesen, drei, vier, fünf Tage und ansonsten ist der Markt nie wieder dahin gegangen, wo er das Jahr eröffnet hat. Wenn wir mal gucken, wir sind hier reingekommen. Das war der erste Handelstag im neuen Jahr 2022, hier bei 16.000, ähm, 16.095. Dann sind wir an dem Tag etwas gestiegen. Am nächsten Tag auch noch und nie wieder, das ganze Jahr, nie wieder auf dieses Niveau zurückgekommen. Ja, das ist eigentlich das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Fällt mir bloß gerade ein, dass wir es ja letztes Jahr auch hatten, deswegen wollte ich es noch kurz zeigen. Ja, und von daher, definitiv Spannung drinnen. Ähm, die nächsten drei Tage könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht noch das hier unten versucht zu klären. Dass wir gegebenenfalls vielleicht sogar noch ein bisschen abbröckeln, nochmal Richtung 800, 67 und eben auch den Bereich hier um 585 rumpendeln. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, würde es mir vielleicht sogar auch wünschen. Auch für eine bullige Variante, ne. Dann könnt ihr im neuen Jahr probieren, ähm, oben raus nochmal gut in Angriff zu gehen. Und das legt ihn unten raus. Das schauen wir uns dann aber zum Jahresstart nochmal an. Und, ähm, bis dahin würde ich mir fast, würde ich fast erwarten, dass er einfach ein bisschen seitwärts Hunde rutscht. Wichtig ist mir dafür, dass die 13900 fällt. Ich will ihn drunter sehen. Ah, ich will ihn am Dienstag drunter sehen. Und der 13900, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir bis 13800 und 13700 erst mal am Dienstag laufen. Und uns den Rest für die nächsten Tage dann aufsparen. Na, ansonsten bleibt es oben auch so. Wir haben die 14.000 als wichtigen Bereich. Das hat er ja uns gut bestätigt am Freitag. Ähm, würde er darüber gehen. Dann wird es sich erstmal wieder Umwegspielraum, bis im Zweifel sogar bis 12700 schaffen. Ja, aber in erster Linie dann erstmal oberhalb von 14.000 bis 1450 und 14100. Ja, im weitesten sind aber auch 1470 als Umweg nochmal möglich, bevor er vielleicht sowas hier macht. Ja, ja. Gut, okay, das heißt, unter 13900 bin ich abwärtsorientiert, über 14.000 bin ich ein bisschen abwärtsorientiert. Wir rechnen aber grundsätzlich aus Tagesebene schon damit, dass wir uns mit dem Bereich hier unten jetzt nochmal auseinandersetzen. Ja. Gut, dann würde ich das Video hier zumachen. Ich wünsche euch viel Erfolg am Dienstag, wenn ihr was macht. Fühlt euch aber nicht genötigt, hier was machen zu müssen. Ne, man kann auch die Tage einfach mal ein bisschen entspannen. Wie gesagt, viel Bewegung ist meistens nicht zwischen den Feiertagen. Man sollte es aber auch nicht unterschätzen und auch nicht unterschätzen, dass der Markt hier jetzt gerade Urlaubsphase hatte und die aber auch bald wieder vorbei ist. Ne, dass man dann auch wirklich dabei ist und nicht am Jahresende oder am Jahresanfang schon Fehler aus, ich sag mal, Flachsigkeit oder fehlender Aufmerksamkeit macht, die einem dann schon das komplette Jahr versauen, ja, direkt am Anfang. Also da sollte man ein bisschen aufpassen, ich könnte mir gut vorstellen, dass 2023 kein einfaches Jahr wird. Soll aber hier kein Jahresausblick werden, den machen wir noch separat und deswegen mache ich jetzt hier einfach mal zu. Wünsche euch gutes Gelegen, viel Erfolg und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.